Der Ergo Bag ist ein ganz besonderer Schulrucksack. Was er alles kann, zeigen wir euch jetzt. Bücher, Hefte, Mäppchen, Leckereien und andere Kleinigkeiten. Da kommt schnell einiges an Gewicht zusammen. Der breite Beckengurt sorgt dafür, dass der Rucksack super bequem auf dem Rücken sitzt. Wie bei einem Wanderrucksack wird das Gewicht optimal verteilt. Von den Schultern auf den stabilen Beckenbereich. Auch der Brustgurt kann an die richtige Stelle geschoben werden. Das verstellbare Trägersystem wird passgenau auf jeden Rücken eingestellt und wächst mit bis zur 4. Klasse. Damit ihr auch an einem dunklen Wintermorgen auf der Straße erkannt werdet, sind rundherum Reflektoren am Rucksack angebracht. Simon findet die Fußball-Klettis toll und Lisa freut sich über ihre Pferdemotive. Sarah liebt ihren Dackel Lotti und hat mit ihrer Mama einfach eigene Klettis entworfen. Bei ErgoBag gibt es eine riesige Vielfalt an Lieblingsmotiven zur Auswahl. Oder ihr habt eine eigene Idee. Dann könnt ihr sie einfach selbst gestalten. Für uns gehen Ergonomie und Umweltschutz Hand in Hand. In einem fertigen Schulrucksack stecken rund 20 recycelte PET-Flaschen, die sonst vielleicht im Meer gelandet wären. Wir lieben es, neue Aufgaben für leere Flaschen zu finden. Für unsere Rucksäcke werden sie gesammelt und kleingestampft. Daraus entstehen Fäden und schließlich gewebter Stoff. So ist schon richtig viel Plastikmüll verschwunden. Lasst euch beim Fachhändler in eurer Nähe gleich den Lieblings-ErgoBag zeigen und passgenau einstellen. Probiert ihn direkt auf und fühlt, wie gut er sitzt. Mit dem ErgoBag macht Laufen, Springen und Radschlagen noch mehr Spaß. Also, auf den Rücken, fertig, los!